Guten Tag und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge The Beast of Prey. Ja, das müsste jetzt die fünfte Folge sein. Und ich hoffe, ihr hattet bisher etwas Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Und so. Ja, und wir machen jetzt mal direkt wieder weiter mit Steinfarmen. Den da weg, den da weg, den da weg. So. Ja, wir gehen mal gucken, ob hier wieder irgendwo ein paar Dinos rumschwirren. Oder ein paar Nester zumindest, was wir plündern können. Mal gucken, mal gucken. Hm. Da. Mal gucken, was das für Dinosaurier sind. Jetzt ausgerichtet, tut mein Ohr. So, jetzt. Wo sind die Dinosaurier aber? Hm. Wahrscheinlich schon wieder alle tot. Oder weg. Eins vorbei. Oder es ist immer noch das Nester, das wir ausgeraubt haben, schon einmal. Woher das Ei dann weg war? Nein, es ist leer. Und wir holen uns das einfach mal schnell. Zack. 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 Ja, das ist das große Haus. Und ja, also ich weiß nicht, irgendwie kriege ich die Tür nicht auf. Von den riesen Häusern. Und ich weiß nicht, warum. Da ist ein Feuer. Da will ich ja gar nicht hin bei dem Typen, ey. Die sind immer so suspekt. Ach, wir gucken einfach mal rum, diese Folge ein bisschen. Diesmal nicht so viel Farben oder so. Wir gucken diesmal ein bisschen uns die Insel. Ich hätte vielleicht mein Inventar da lassen sollen. Aber hoffen wir mal, das funktioniert. Und dass sich größere Dinos Feuer ankündigen. Oder auch Menschen. Damit das nicht so überraschend kommt. Und so, ich werde wieder Stein abbauen. Also die Feuer sind meist immer so ein Indiz für, ähm, diese Ureinwohner. Die es hier gibt. Und ja, ich mag sie nicht. Es gibt wahrscheinlich viele Leute so, dass sie die nicht mögen. Aber ich meine, mit der Abendbrust gehen die eigentlich auch. So, ich glaube, fünf Schuss oder so. Oder ein bisschen weniger. Denn sind die auch tot. Und dann geht das schon. Ich sehe keinen. Das ist schon mal gut. Ja. Ja, das ist ein schöner Berg hier. Ein schöner Berg. Nein, das ist nicht ein schöner Weg. Es ist ein schöner Berg. Wo sind die Menschen? Obwohl, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Wo hier wer ist. Und vor allem, wer hier wem ist. Zum Mittag. Hm, schade. Ich finde nicht mal ein Nest oder so, irgendwo hier zu sehen. Gerade. Hier wahrscheinlich auch nicht. Hm, schade. Ach, wir laufen einfach mal hier so lang. Und gucken uns die Landschaft ein bisschen an. Ist ja doch ein bisschen schöner. Das sind nur Steine. Ich glaube, da kann man eine Mining-Drill dran machen. Und dann farmt er eigentlich die Steine da ab. Ist sehr praktisch eigentlich, ja. Hm. Na ja. Alles praktisch, wenn man mal die Ressourcen dafür hätte. Aber man hat sie eben nicht. Und das ist das Problem auch. Das war ein Hunde pro Dinos. Zeig doch. Geh weg. Nein. Jeche. Auf. Oh, 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 oh. Äh, los, jetzt geht's tot. Jawohl. Mann, diese Kopfhörer regen mich auf jedes Mal, wenn ich aufnehmen will. Und die lassen nur Fleisch fallen. Ich will nicht Fleisch. Oh, wie krieg ich die nie? Also hier ist man kurz bevor sie abholen, sind sie tot. Komisch, komisch, komisch. Naja, glauben wir uns das hier noch. Gucken wir mal. Können wir den da noch? Jawohl. Gucken wir mal. jawohl nicht jetzt es ist so es ist unmöglich vom spiel äh nicht von dem spiel ich meine von meinen Kopfhörern immer dann auszugehen das war kein Treffer das war ein Treffer das war ein Treffer das war ein Treffer das war ein Treffer jawohl dann hätten wir diese Dinosaurier auch wieder fertig gemacht und dann gucken wir mal der hat auch wieder nur Fleisch dabei ok ein richtiges Leder das ist ja ein bisschen schade Velociraptor da war das echt ein Velociraptor Nest alte Scheiße krass also das ist gerade nicht was wir jetzt ausgerobt haben aber das davor das war ein Velociraptor Nest ey das ist ja immer hart und das haben wir echt klein bekommen war so viel gut mohohohoho so da ist noch ein Stein den nehmen wir noch mit den gehen wir zu zu unserem Haus irgendwo kam gerade ein Stein geflogen so 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 und so ich ich hasse diese Feuer zum Glück sind da noch nie Menschen gewesen so großartig ich hasse sie trotzdem ich hasse sie trotzdem ich hasse es so abruptiv naja ja ich verabschiede mich dann schon mal für diese Folge und wir sehen uns ja morgen dann wieder es kommt ja jede Folge jeden Tag der es noch nicht mitbekommen hat jeden Tag 15 Uhr kommt die Folge Beats of Prey Beasts of Prey ich sag mal Beats of Prey und ja wir sehen uns dann in der nächsten Folge ich bedanke mich und wir sehen uns dann bald wieder Tschüssi